Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Yu-Gi-Oh! gegen Gamer wieder Match. Die letzte war ja die hundertste Folge, oder nicht? Ja, jetzt war die Runde 1. Wow. Ich habe gedacht, ich bin dran und ich habe es nicht gecheckt. Aber ich lass mich ja nie selbst anfangen, das wäre ein bisschen blöd. Ich habe gesehen, dass er mal so schwör kann. Und ich habe gesehen, dass er eine Spezialbeschwörung gemacht hat. Und so auch noch in den Fingermonster. Geil, ey! Ich hätte vielleicht mal Syko-Monster reinpacken sollen. Jetzt habe ich aber ausgeschissen. Geil. Ach, fang vor. Jetzt kann ich es nochmal. Warum, 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 warum. Ach, Mann, auch. Und? Ah, cool, das ist der starke, okay. Ah, wo seid ihr denn, weil es ist voll die geile Karte. Oh! 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 Was ist jetzt passiert? Oh! Oh! Okay, Spielekraften, jo! Dann werde ich meinen... Ich habe nicht, dass ich einfach noch spielen muss. Ah, klar, ich habe nichts dagegen. Jo! Oh, nein! Das sind wohlgemerkt alles Empfänger-Monster. ich brauche nur ein einziges monster mit 1400 attacke und die noch nicht ich habe einen empfänger gezogen hurra schwören so was kannst du das machen stufe 3 4 5 ja stufe 3 4 5 und dann kannst du noch theoretisch noch mal aufleveln nein ja scheiße ich habe kein einziges geile einzigen kann zur verteidigung so stimmt ich hätte schon stufe 5 monster machen knosch oh lol soll ich was sagen ich habe kein einziges monster zu verteidigen ah doch aber das habe ich auch kein monster ja und keine sauerne beine hatten vorhanden ich merks auf die karte auch noch voll viel geil moment genau so war es ja ist das wobei deine verdeckte karte mich ja auch interessieren würde aber nein ich muss jetzt mehr karten ziehen ach du willst mehr karten ziehen ich brauche muss mehr karten ziehen was bringt mir nichts die karte wird jetzt zerstört übrigens du willst nicht wissen was ich da ich werde jetzt folgende karte ziehen was ist ein hund was ist ein hund ich kann ja noch angreifen geil ich habe angreifend anzulieren geil tschüss monster bin ich tot ich glaube ich bin tot ich habe jet stream ich glaube damit bin ich super fast tot bündel einmal alles nein bin ich tot ich glaube jetzt bin ich tot ja jetzt bin ich tot jet stream geil oh wenn der jet stream ich jetzt fertig machen würde ne ja ok ich bin tot wait a minute warte wie kann ich dich genauso töten dass jet stream dich tötet gar nicht nicht möglich schade tatsächlich oder moment 2200 nein dann töte ich dich langsam mit jet stream boom okay easy easy squeezy 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 das bedeutet werde ich einmal auf den verzichten müssen und dafür den rein tun und einmal auf die verzichten müssen wenn ich das muss ich direkt in die karte hinein etwas alles oh das ist dann ich habe nicht gekannt Was ist? Was ist das? Denkst du etwa? Okay. Das war ein Fehler zu bringen. Jetzt habe ich Angst. Miha! Nein! Ja! Kat ist voll stark. Ach, Manu. Manu. Wow. Boah, Alter, das ist ja voll geil. Oh nein. Das bringt mir rein gar nichts. Das auch nicht. Oh, da ist kein Monster gezogen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und mit den Synchromonstern, ne? Was, was? Und mit den Synchromonstern. Ah, ah. Oh nein. Oh nein, die muss der Monster tischern. Ja, die muss den Monster kaputt. Oh nein. Poseidon-Welle. Oh mein Gott. Was hast du... Oh. Oh, warum nicht? Oh nein. Oh. Fuck. Okay, mal gucken, was ich ziehe. Wow. Wow. Anscheinend eine sehr geile Gartung. Ja, ich hab's gehört. Fuck, jetzt bin ich schon tot. Dann müssen wir noch ein Match machen. Wir haben 27. Wir müssen noch ein Match machen. So Leute, wir sehen uns dann gleich wieder. Hä, nein, noch nie. Es ist uns langweilig, das Match. Ich bin jetzt eh tot. Nein. Noch nicht komplett. Oh, du hast völlig recht. Ich töte dich langsam. Du fühlst mich gar nicht. Haha. Oh, wohl vielleicht schon. Oh ja. Ich kann jetzt die eigenen Angriffe. Wow. Boah, du bist so kackig. Ich hasse dich. Ich dachte jetzt so, boah, vielleicht haben wir noch eine Chance, weil der Synchro-Monster beschützt. Was macht der? Äh. Äh. Ja. Wie gesagt, das war's. Äh, 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 äh. Ich hab's nicht aufgenommen. Hö, hö. Ja, ist auch egal. Jetzt müsst ihr eh noch ein Match machen. Bis gleich. Sooo, nachdem könntest du denn wir wieder da. Das war nicht gut. Achso. Ich hab gar nicht mitbekommen, dass ich gewonnen habe. Hehehehe. Äh, 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 äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. 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 Das ist da so geil. Ja, aber ist so. Oh, ich hab gar nicht mitbekommen, dass ich gewonnen habe jetzt drunter. Äh. Ich ganze hatte so nachher сделал ein Stück Scheiße! Richtig. Guter vorst? Ich hab ja heute getweetet, ne? Weiter. Ich hab heute getweetet mit einem Tweet-Account. Also st billion Twitter. Krass, war's? Hih-i-i! hat best karten und 9 jaja was hast du aktiviert eine karte diese karte hat normalbeschwörung geschworen wird ja ein lignende rausgehen so jetzt erfüllt die frage hallo darf ich mal wenn ich sie bitten darf hallo du bist du machst du hast was also ich ja ich wach 10 stunden was kommt jetzt dumm 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 ähm 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 PACK! ähm 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 Hätte ich eine Stufe 6 Monse beschworen, hättest du das zerstört? Ähm ähm Verdammt, ich hätte beschworen sollen! Das ist nicht mehr ein Niko Ah ne Moment, ich hätte ja das halt zerstören, das hätte er nicht getragen, obwohl es eigentlich Stufe 5 ist Äh 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 Frau Humi, nochmal! Oh, fast Ich könnte jetzt natürlich... ja komm, warum nicht RUHMM Nein, 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 wir haben auch nicht geklappt Ich krieg keinen Schaden, nächste Runde Äh ach Ja, keine Battle Phase Keine Battle Phase Aber ist hier schlecht für dich, Gamer? Möchte vielleicht doch wieder ein Rückzieher machen wie Schlepper letzte Runde Ich spars Er hat also für gespielt Was warst du da? Ach, so da bist du direkt gegangen, das stimmt Au Ich krieg jetzt keinen Schaden, nene 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 Nene, LOL Doppelte Heiman Power! Geil, wa? Geil, wa? Ah ah Aua Und ich hatte aber nur da, um dir Schaden mit der Wattkanone zu verfügen Weil ich jetzt eh tot bin Außer du hast da noch mal spielten Ah ah Ach ne, überlebt Ui, 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 ui Loil, du hast echt jetzt überlebt Ich hätte keinen Bock nachzurechnen Ich auch nicht Ich hab dich jetzt direkt angreifen, ne? GG Ja, warum hast du mich nicht direkt angreifen, dann wärst du tot gewesen Geil Ah 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 Leid jetzt genau 300 Direkter angreifen mit Borse Epoche Zurück ist ja Match Ich hab dich so drauf geachtet, hast du Synchromonster? Du hast Synchromonster Du hast Synchromonster Aber das läuft euch nicht Ich hab gleich in meinem Extra Deck Also in diesem Side Deck Habe ich nämlich diese Dingens Karte drin Weißt du, diese Synchromonster übernehmen Karte Die hab ich in meinem Side Deck überall drin Aha Ähm Kannst du jetzt mal hinüber haben? Oder hast du ein Side Deck? Jaja, ich überlege grad Hast du ein Side Deck? Ja, ich überlege grad Hast du ein Side Deck? Ich glaub du hast ein Side Deck, Alter Weißt du also Hm Okay, dann kriegt er vergnommen Wow Ähm Ich hab Heimann gesagt Und ich dachte, es wär ein Heim Ähm 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 Ja So, meine Damen und Herren Willkommen zur Tagesschau Wir begrüßen Sie zur Tagesschau Wie? Äh Äh Äh, nein Nein Neiin Pfff Hahaha Ich kann ja sonst jetzt das Gefühl entfernt Neiiiiiin Da ist es wieder HaHaa So sinnlos Ich wusste das Ich hab aber alles genau berechnet Äh Ähh Ach du hast eine Normalbeschwörung gemacht Ja Äh Äh Will ich dich das zulassen? Ich weiß nicht, dass du nicht Fallgrube hast. Das ist doch einfach nur Fallgrube in Schlechter. Das ist doch einfach nur Fallgrube in Schlechter. Oder nicht? Hör auf, du Hurensohn. Hör auf, du Hurensohn. Das ist doch eigentlich nie... Oh mein Gott, ich hab ne Idee. Fallgrube in Schlechter, oder? Scheiße, ich bin tot. Nee, es ist bald. Du bist so gut wie tot. Nein! Ein Matze mit 4000 Angriffen, nur mit 2 Grad. Voll geil. Ich will jetzt nicht meinen eigenen Zauber und Feingarten stellen. Hast du das kapiert? Boah, nein. Natürlich will ich das kapiert, Juri, oder? Nein! Nein! LOL! So ein Massaker! Ja, nein! Ich will das, wenn man uns hier nicht zerstört. Du wusstest was? Ich würde dann gleich mal was aufs Galb schicken. Ja. Das war großartig. Wir weichen als ich hier nicht zu, wenn wir uns geraten. Auch, das ist mit schocht. Auch, das so ist das alles. Okay. Halt die Fresse! Was ist denn die Möhre? Ich will die Möhre. Halt die Fresse! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Das ist Mobbin! Mobbin! Yes! So, Heimann. Irgendwann muss ich Heimann gesehen. Irgendwann muss ich Heimann sehen. Da bin ich vorbereitet! Oh shit! Oh shit! Hat er nicht getan! Hat er nicht getan! Hat er nicht getan! Oh shit! Was machst du jetzt? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Das könnte ein Problem sein! Oh shit! Weißt du was? Ich probiere es trotzdem! Weißt du was? Der war gut! Funktioniert es? Funktioniert nicht! Oh boah! Voll der Plan! Ich verstehe es als ein Monster Mein Effekt wird... Wenn man gefickt wird trotzdem... Ohhhh! Ich bin so dumm! Hey, wann habe ich einen ersten Schatz vorgeschrieben? Ich verstehe es. Aber es war ein guter Plan, mein eigenes Monster zu schwächen, ne? Muss ich zugeben. Erstmal wieder mein Stahlkämpfiges... Ich traue es sich immer genau da, wenn ich ihn brauche. Es bringt nichts, Gamer! Ah! Erstmal mal ausprobieren! Vielleicht bringt es ja doch was! Uuuuuh! Komm, zerstöre meine Karte! Ahhhh! Scheiße! Oh! Oh! Oh, okay! Nice! Hi, Mann! Ja! Ah! Ein, 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 Mist! War das vielleicht ein Fehler? Oh! Das war ganz sicher ein Fehler! Ja, das war der Fehler! Nein! Jetzt wird das... Jetzt siehst du das ja! Nein! Es war der Fehler! Es war der Fehler! Fuck! Daran habe ich nicht gedacht! Fuck! Ja, jetzt bin ich... Jetzt habe ich verloren! Deswegen wahrscheinlich! Ich habe das ja nicht! Am liegen... ...monster mit 200 Angriff! Hehehe! Immerhin kriege ich hier nochmal Schaden zu füllen! Und... Nein! Ich bin ja nicht tot! Oh! Alter! Ich geh mit Live Points! Ich muss mich noch ziehen! Irgendwas! 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 Nein! Wir brauchen nur noch Zeit! Die Folge ist noch nicht lange genug! Ich geh aber danach auf! Wir brauchen noch kurz Zeit! So! Ich bin noch nicht tot! Hallo! Guten Tag! Ich begrüß dich! Ne! Ich muss jetzt trotzdem auf! Hat ihr echt das erste Teil gewonnen? Ja! Stimmt! Ja, wird es trotzdem auf! Sicher, dass du nicht mehr kannst? Ja! Bis später! Okay! Ciao! Morgen meine ich! Ja! Ja! Ich hab gewonnen! Haha! Ciao! Also das war's für eine Folge! Let's play! Yu-Gi-Oh gegen Gamer wird gewonnen! Let's play! Tschüss!